. Ihr Schätztes Publikum, wir kommen jetzt zur Ermittlung der JPW auf Kühle von drei bis neun Höfern hier im Ring. und diese sechs Kühe sind die Kühe, die die hessische Treffbezug prägen. Und stellen Sie diesen herausragenden sechs Kühen einen kreislichen Applaus. Wir haben jetzt in der Renn, die ganz mittelnahmige, ganz älterstarte Doppelnutzer-Kuh-Katalog Nummer 170, ihre Reserve-Kuh in der Renn, dann diese sechs Salz-Kuh, die auch nicht viel gefeiert hat. Auch ihre Reserve-Siege werden dahinter, dann diese 9-Tags-Kuh, diese 3-Tags-Kuh und dahinten diese 8-Tags-Kuh. Diese sechs Kühe sind für mich wunderbar. Geschäftsmodell, akzeptieren Sie mit BFD und suchen Sie mit mir die Siegerin als die Reserve-Siegerin. Applaus Applaus dass sie sich so gut bewegt und vor allem, so will ich mich von Herrn so ein schönes Becken und vor allem dieses Euter mit neuen Kölnern ist für mich ganz, ganz erfreulich und ich muss auf diese Kuh heute noch den Leuten sich geben, weil mit neuen Kölnern ein Euter, das leitigende und es von Gelenkhof ist und so grüß ich es gattige Hüftwort für diese Ausnahmekuh Der schlackige Kuh muss sich muss sich die Kuhkatalogen 170 am zweiten Platz diese Dreckigkeit ist gut und ich habe den Gas balanciert sehr